Ich wollte eigentlich noch den Slide runter machen unter das Downray, aber hat der das komplett ein Stück übersprungen? Und jetzt wieder wahrscheinlich einer seiner Stücke? Ja, hier ist Malte von Seichkent von gestern. Ich brauche die Nummer von Wolfgang, wir wollen noch was zum Rauchen aufstellen. Und wir finden irgendwie jemanden, die sagt, bei der Bar gibt es nur Trinken, aber keine Rauchen. Wir haben das extra in Reiter geschrieben gehabt. Ja, geht schon. Oh my God, ne? Ja, ja, 16, 32. Schreibst du mit, Thorsten? Ja, 32, und? Okay, danke! Tschüüüüü.